Na, ihr geilen Eierhälse! Da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Illus-Tren-Runde En destron, destron mit mir Lunay-Tchiqui Oh, oui, oui! Und wir spielen heute weiter ganz entspannt unseren letzten Fall Fall Nummer 3 Ich weiß gar nicht, was 3 auf Französisch heißt Baguettes! Oh, Musik-Slots! Geil! Ich hätte gerne so ne Jukebox in meiner Wohnung, ey! Ohne scheiß Jukeboxen sind der Hammer! Äh, was soll das? Ein blaues Licht, was macht das? Es leuchtet blau Ne, ist es grün? Grün? Blau? Türkis? Ist dieses Blei-Kleid-Weiß-Gold? Oder schwarz-Blau? Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Sieht aus wie ein Drogenlabor und der grüne Rauch Ich sollte nicht daran riechen Ach was! Alles oder nichts! Natürlich! Völlig normal! Ich komme in eine fremde Umgebung, da löscht etwas grün und ich geh ran Oh, herrlich sag ich dir! Ach, ist das was herrlich! Wahnsinn! Völlig auf Mushrooms, ey! Okay! Wir müssen immer mal wieder die Wand... Ach, jetzt kommen wir durch die Türen auch durch! Crazy Motherfucking Shit, ey! Der Weg mit Pilzen blockiert! Der Weg ist mit Pilzen blockiert! Wir sind jetzt aber auf der anderen Seite des Raumes Und wenn wir jetzt... Genau! Jetzt kommen wir aber nicht mehr zurück, oder? Ha! Ah, hier ist ein Loch in der Wand! 25 zwischen den Wänden! Dann muss die Freiheit wohl grenzsinnlos sein! An diesem Bild ist etwas seltsames! Vielleicht sollte ich es an der Blickwinkel betrachten! Ja, natürlich! Voll auf Drogen, Alter! Zieh dir ordentlich was durch die Nase und dann gucken wir uns das Bild mal an! Völlig abgefahrener Scheiß, ey! Jetzt wird es wirklich surreal! Wenn wir mit... Auf Drogen quasi, äh... Verschiedene Sachen entdecken können! Die so vorher nicht existierten, vor allem durch Türen gehen können! Wo ist das Bild? Ach da! Wahnsinn! Es passt so aus, als ob dieses Stück Bild blau leuchtet! Ich frage mich, ob das abgeht! Ha! Schau dir das an! Jetzt habe ich irgendwie so ein blaues Stück eines Bildes gefunden! Wofür auch immer das notwendig ist! So, wir können das wieder durch die, äh... Sowieso einfach abwarten! Da kann ja nichts passieren! Die Frage ist nur, wofür das jetzt da ist! Äh... Da könnten wir durchkrabbeln! So kommen wir aber auch nicht mehr zurück! Ne, okay, komm! Wir müssen nochmal... Uns voll auf den Drogen, Max, begeben! Damit wir hier auch wieder rauskommen! Nicht wahr? Sonst hat das ja alles keinen Swag! Swaggedy Swag, Swag! So, einmal schnell hindurch! Und nach links, 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 blüht der Entsian! In meinem Alpen glühen, wir uns wiedersehen! Lauf doch mal schneller, Digga! Josef! So, jetzt sind wir wieder hier in der... Ey, wie langsam er wird! Alter Schweden, ey! Alles klar, jetzt haben wir erstmal noch ein paar andere Sachen, so können das passt hier nicht hin, okay! Jemand zu Hause? Hm, niemand! Niemand will mit uns verreden! Hier ist die angelehnte Tür, oder? Ja! Ab H524! Nur wofür ist jetzt dann... Das blaue Stück vom Bild da? Das ergibt sich mir nicht ganz... Ach, vielleicht müssen wir, wenn wir wieder auf Drogen sind, nach links rüber... Und dann durch das andere... Okay! Ich hab die Idee des Jahrhunderts! Einfach nach ganz links laufen! Ich bin mir sicher, dass das Stück hier passt! Okay, es passt! Ah! Guck mal, schau! Ein zerrissenes Bild! Wir können noch weitergehen! Da komme ich nicht vorbei! Okay, das hat so schon mal wenigstens den Zweck gehabt! Dann müssen wir aber nur noch... Oh, jetzt wird langsam aber sicher! Okay! Der Rest ist auch noch kommen! Das heißt, wir müssen mal schnell... Ah! Huch! Das kam unerwartet! So! Wir sind jetzt hier durch? Genau! Jetzt müssen wir, äh... Kurz warten, bis wir wieder vom Trip runter sind! Damit ich dann versuchen kann, im Flur nach links zu gehen, glaube ich! Bin mir nicht sicher, ob das dann... Das ist, was ich mir denke, ob das denselben Nutzen hat? Hm! Werden wir rausfinden! Werden wir rausfinden! So! Dann machen wir das schnell so! So! Nach links rüber! Es fehlt ein Stück! Ich riss das vorher nach raus! Achso, okay, das war das Bild! Okay! Vielleicht jetzt hier rein! Und jetzt irgendwie da rein oder so! Ne, hat alles keinen Zweck! Wir sind jetzt einfach ganz normal wieder rausgekommen! Das ist ja bescheuert! Was muss ich denn jetzt tun? Ich muss doch irgendwo ein Stück Bild finden! Ich weiß noch nicht wo! Äh... Okay! Ich versuche mich da mal einfach irgendwie raus zu gaunern! Das wird ja irgendwie passen! Das wird ja irgendwie passen! Eine Münze! Wo kriege ich denn jetzt noch fucking Münze her? Oh Gott! Das ist wirklich sehr distraint! Das ist definitiv ein bisschen verwirrender! Äh... Die Tür ist verbarrikadiert! Ich sehe da keine Verbarrikadierung! Du musst mich einmal irgendwo durchschleifen! Ich glaube, ich schneide es alles ein bisschen zurecht, Leute! Ah! Ich bin jetzt hier irgendwie an einem Apartment gelandet! In Raum 3! Durch die Tür nach rechts! Alles klar! Nur staubige Bücher! Ich habe jetzt irgendwas verändert! Oh! Was ist er denn? Wofür kommt er, ey? Das war creepy, man! So, jetzt bin ich hier gerade überlegen, was ich tun kann! Aber hier ist ein Zwischenraum einfach nur, glaube ich wahrscheinlich! Okay, ich gucke mich mal kurz um! Ob ich hier irgendwas Tolles sehen kann? Nee, okay! Dann versuchen wir es einfach mal, indem wir nochmal auffrischen und dann nach rechts! Hier ist aber auch nichts! Hier kann ich speichern! Das ist ja alles nutzlos! Ich war jetzt hier extra in diesem Zimmer und hier ist nichts! Das kann doch nicht wahr sein! Apartment 3 bringt mir nichts! Toll! Momentchen kurz! Das kann ja nicht sein, dass wir hier nichts haben! An Nutzen! Vielleicht nochmal zurück! Durch die Tür! Und nach rechts weiter! Ach guck mal, da ist ein Bild! Wahnsinn! Sieht fast aus, ob dieses Stück Bild rot leuchtet! Ich frage mich, ob das abgeht! Flop! Du hast ein rotes Stück Bild gesehen! Ja, perfekt! Niemand zu Hause? Nein, niemand! Dann können wir jetzt das Bild voll machen! Das letzte eine Bild! Ich weiß gar nicht mehr, wo das war! Ja! Oh! Oh! Es ist eine Tür! Crazy Shit! Ich bleib erstmal von der Wahlvorstellung runter! Ich speichere mal den Fortschritt! Und wir warten mal ab, was hier Geiles passiert! Oh! Ein Junkie! Mehrere Junkies! Endlich! Habe ich sie gefunden! Hä? Bist du wegen der Party hier? Ah! Entschuldigung! Mein Name ist Price und ich arbeite für... Oh ja! Du willst mir meine Bleibe wegnehmen! Nun, ich bin hier um alles sicher über die Bühne zu bringen, sozusagen! Das kann ich aber nicht versprechen! Warum? Ich bin verdammt aufgebracht! Noch einmal? Warum? Eigentlich wollte ich eine krasse Abschiedsparty geben! Eine Nacht, an die man sich erinnert! Und warum geht das nicht? Die lassige Band weigert sich zu spielen! Ich dachte, wir hatten eine Vereinbarung! Aber sie meinen, sich nicht daran halten zu müssen! Ich verstehe! Aber du! Du siehst aus wie ein Typ, der weiß, wie man Dinge regelt! Vielleicht kannst du sie überzeugen zu spielen! Könnte ich wahrscheinlich, aber warum sollte ich? Weil ich hier sonst alles zerlege, wenn ich meine Party nicht kriege! Wir haben Versicherungen für sowas! Sicher, aber denk nur einmal an den ganzen Papierkram! Armwrestling mit der Versicherungsfirma! Verlaubend nicht! Okay, sie haben mich überzeugt! Wenn ich also die Band hierher schaffe, werden sie sich benehmen? Natürlich! Ich halte mein Wort! Nun gut, wo finde ich die Band? Du hast Glück, die Bohnen nebenan! Die Tür nahe als Fensters im Hausflur! Ich werde sehen, was ich tun kann! Hey man, warum so ein langes Gesicht? Wir wollten doch Party machen! Ich will tanzen! Okay! Ei, 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 ei! Hier geht schon wieder alles ab, Alter! Jetzt bin ich schon wieder voll auf Drugs! Versucht ich mal auf Drogen zu schnattern? Oder wie ist das? Ne, hier kann ich ja erstmal nichts machen! Mit meinen Drogen komme ich hier nicht weiter! Okay! Ach doch! Oder die Drogen kann ich die Tür nicht sehen! LOL! Alles klar, Leute! Das ist doch mal abgefahren! Abgefahren! Dingelingeling! Yeah! Wir gehen vorwärts! Das geht ab! Wir müssen uns nur beeilen, dass wir dann hinten noch schnell genug ankommen! Weil wir sehen, das geht ganz schön schnell runter! Je nachdem wir laufen! Wuh, 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 wuh! Schlupf! So, sie wohnen nebenan! Wo ist nebenan? Das hier? Die Tür ist aber regadiert, da komme ich nicht durch! Am Fenster hat er doch gesagt irgendwas! Irgendwas mit Fenstern! So, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie... die Band finden können! Du, du, du! Ah nee, da komme ich ja so nicht durch! Das ist natürlich Quatsch! Ah, Leute, ey! Wo ist diese Band? Das muss ich irgendwie... Wahrscheinlich da, wo keiner vorhin dran war, oder? Die eine Wohnung... Ach nee, jetzt muss ich... Oh, Leute! Schon wieder völlig drauf und dran, hier alles zu zerlegen, ey! Das ist so abgefahren mit diesem Hin- und Herlaufen und Phasenverschiebungen und... Oh... Das muss ich erstmal drüber nachdenken, was man hier tut und überlegen und eh... Das kann ich doch nicht. Ich habe doch gar keine Zeit dafür. Äh, wir müssen jetzt hier weiter, oder? Hier rein? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin überfragt. hier drin waren sie nicht nein aber die Tür ist mal barrikadiert dann ist hier nichts mehr ne dann warte ich einfach mal dass irgendwie was weg geht oder aufgeht oder so irgendeine Tür muss es doch sein ich kann doch nicht so ganz ich bin als ich hier nichts hinkriege da kann man ja nichts machen nein hier war es nicht okay ich gehe nochmal ich gehe nochmal zum Haus Hauptflur ich bin ja immer alle Apartment 24 unterwegs ich muss nochmal Haupthausgang den gelingenden Schling machen gucken dass ich irgendwie durchkomme ganz rechts genau das Apartment hier rechts müsste es sein am Fenster ja richtig hier ist Price ich suche nach einer Band ist das die richtige Adresse ja ja kommen sie rein hey so ein Fernseher habe ich auch das ist schön für dich nabend nabend ich möchte dass die Jungs auf einer Party spielt interessiert absolut wo und wann nächste Tür sofort äh also hat er dich geschickt ja wer möchte ich sauer weil ihr euch weigert zu spielen ach ja gut wir haben allerdings gute Gründe er sagte zu uns vor dem Geek er sagte zu uns vor dem Geek zu bezahlen aber äh nun will er die Hälfte zahlen und den Rest später als wenn er das machen würde ich weiß gar nicht wie ich die Leute sprechen gefühlt sind das um die tausend Stimmen ich weiß gar nicht äh ich spreche einfach alle nochmal jeder hier weiß dass er jederzeit zwangsgeräumt werden könnte ah deswegen bin ich hier ich sollte mich darum kümmern dass alles frittlich abläuft er verwüstet dass er wartet wenn er seine Party nicht kriegt das ist jetzt sehr erwachsen ja nun ich würde auch nicht spielen wenn ich du wäre erschein kein vertrauen erweckener tipp zu sein aber könntet ihr trotzdem spielen nicht so lange er ist nicht voll bezahlt nein fair genug ich lass mir was einfallen toll muss ich jetzt irgendwie was ich denn jetzt machen normalerweise will ich keine Abfalleimer aber hier scheint etwas interessant zu sein hm ein 5 dollar note ich bin kein Dieb wenn ich das Abfalleimer nehme ja so und jetzt ich habe ja 5 dollar ich sollte sie wegen des Geldes fragen aber ich fühle dass ich es brauche ja okay das heißt ich kann die 5 dollar note für irgendwas verwenden Slotmaschinen braucht eine Münze da brauche ich es gar nicht erstmal versuchen denke ich mal zumindest oder nicht ich muss ja irgendwo was sein wo er hat reinstecken können menschens kinder das Slotmaschinen geht auf jeden fall nicht das steht schon mal fest wir gehen jetzt mal hier lang Ach, Herr Jemenih. Versuchen wir es einfach mal. Irgendwie mit Münzen. Vielleicht brauche hier jemand das... Ich weiß es nicht. Oder ist hier vielleicht irgendwo ein Gerät, wo wir es umtauschen können? Geld in Münzen. Ah, der Typ ist weg. LOL! Das gesamte Geld in der Welt würde ihn nicht aufmuntern. Ich guck mal kurz. Rundschlag freigespielt. Che up, mate. Ja, ja. Okay. Oh, das ist nicht unser Gebäude da drüben. Ich habe da eine Idee. Ich könnte der Band einen guten Gigs versprechen. Elite-Gigs. Ich müsste das erst mit den Chefs besprechen. Ich wollte sie anrufen. Oh, ich hab's. Ich muss nur ein Telefon finden. Ja gut, wir brauchen jetzt ein Telefon. Wo zur Hölle ist hier ein fucking Telefon? Ah, Leute. Ich frag den Typen mal. Ich habe nichts zu sagen. Vielleicht 5 Dollar? Ist das genug, um die mehr zu bezahlen? Was? Egal. Okay, ein Telefon finden. Ein Telefon? Wo zur Hölle ist das Telefon? Egal, Leute. Ich mach hier erstmal einen kleinen Schnitt. Ähm, denn ich hab leider keine Zeit mehr. Das heißt, der nächste Part wird auf jeden Fall ein bisschen länger. Heute leider nicht. Wir sehen uns dann aber beim nächsten Mal. Auf bald auf wiedersehen. Tschüss, ich hoffe es geht. Bla, 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 bla.